Aktiviert und die Scheiße geht nicht mehr. Und außerdem wollte das Spiel auch nicht. Deutsch oder Englisch? Kann später geändert werden. Deutsch. Auflösung German. Hahaha. Ah, nein. Fuck. Hä, nein. Zurück. Ich will Deutsch. Hä, was? Oh, ja. Denke ich mal. Äh. Ja. Okay. So. Oh, Gott sei Dank. Name. Oh, mein Gesicht. Um Gottes Willen. Riesur. Platz ist es mir nicht zu geben. Da machen wir kleinen Hibby. Farbe. Ja, schönes, ausfälliges Rot. Hautfarbe. Machen wir ganz solide Bäckerbräume. Augenfarbe interessiert kein Schwein. Wir könnten es keinen Bart basteln. Wähler eine menschliche Abstammung. Nosferatu. Die Nosferatu-Familie ist bekannt für ihre Macht und Grausamkeit. Sie sind stolz darauf, von anderen gefürchtet zu werden. Und zerstören jene, die es wagen, sie zu bedrohen. Golderbeutung plus 8%. Jetzt muss ich aber erst mal gucken. Okay, das scheint funktioniert zu haben. Ja, das steht live. Und jetzt gucken wir mal kurz hier, ob es hier auch funktioniert hat. Ja, hat auch funktioniert gut. Golderbeutung plus 8%. Magistraf. Magistraf sind bekannt für ihre Neutralität und magischen Künsten. Sie neigen dazu, unter sich zu bleiben. Konflikte zu umgehen und versuchen alles, um ihr Wissen über Magie zu erweitern. Gegenstand zur Böttung plus 2%. Rangieni. Die Rangieni-Familie sind Meister der Täuschung. Während eines Kampfes täuschen sie oft vor, verwundet zu sein, bevor sie mit voller Kraft angreifen. Ergebnisse zählen die Wahrheit nicht. Äquides. Äquides sehen die Welt als böse. Nur mit Mitgefühl und Freundlichkeit können Menschen die Waage zurück zugunsten des Guten lenken und die Welt des Bösen bereinigen. Erfahrungsgewinn plus 5%. Das klingt doch nach mir. Der König der anderen Kling ist tot. Ein Throne ohne Anleger. Ein Räumen ohne eine Leiter. Untertitelung des ZDF, 2020 A Witchmaster spread across the land Suddenly, the slumbering villagers need troops Fearing the rumors to be true You are enrolling to the defense of the small villages In hope of becoming a soldier Hmm Das ältester Walder Guten Morgen Recruiten, ich heiße Walder Und bin der Dorfälteste Ich bin mir sicher, dass ihr alle wisst, warum wir die örtliche Gemeinde bitten Sich in die Dorfverteidigung einzuschreiben Die Gerüchte, dass die Armee des Hexenmeisters nach Süden zieht Ein Dorf unserer Größe sollte für den Hexenmeister nicht von Interesse sein Aber wir können in diesen gefährlichen Zeiten nicht vorsichtig genug sein Jeder von euch erhält Aufgaben, um unser Dorf zu schützen Ach ne, verteidigen Du dort Geronimo war es Schau mal bei Hauptmann Angmar vorbei und befolge seiner Anweisung Wird man gleich von Anfang an rumgeschubst Du kannst ihn drüben am Eingang finden Mit WASD oder mit Maustaste Ich bewege mich über Oh, wer bist du denn? Das ist schon schönes Ausrufezeichen Interagieren Grüße neuer Recruit Ich bin der Deputy in dieser Siedlung Um ehrlich zu sein, heißt das normalerweise, mich um die betrunkenen Leute zu kümmern und Ratten bekämpfen, wenn sie zu groß werden Grüße neuer Recruit Wie kann ich dir helfen? Ja, wir haben Probleme mit ein paar verrückten Bauern außerhalb der Siedlung Ich habe keine Ahnung, ob etwas im Wasser oder die Angst vor der Armee des Hexenmeisters sie verrückt macht Finde zwei von ihnen und kümmere dich um sie Sie wurden zuletzt auf dem Bauernhof im Süden der Siedlung gesehen Aber kannst sie überall um die Herumsiedlung finden Hilfe mir und ich entlohne Das heißt, hilf Vorher schon mal gar nicht Mit ein paar Münzen Okay Jetzt ganz schön schnell unterwegs Oh je, dort ist jemand verletzt Sieht man das? Ne, sieht man nicht Ein neuer Recruit, wie süß Absolut fantastisch Nichts kann uns mehr aufhalten Jetzt Da du da bist Armeen werden vor dir erzuttern Ich bin unbesiegbar Du hast keine Waffe, oder? Verdammte Recruiten Ich habe ein paar Waffen im Angebot Schau sie dir mal an Der Rusty Sword A Simple Club Mehr hast du nicht? Ja komm, gib mal A Simple Club Anliegen Wie bei allen Soldaten vor dir Wird dein erster Gegner eine schreckliche Ratte sein Um Gottes Willen Du fragst dich, warum eine Ratte Nun, wenn du keine Ratte töten kannst Kannst du auch nichts anderes töten Ich bin bereit Greife mit der Waffe in deiner Haupthand an Oder benutze beide Hände für einen Doppelangriff Instinkt und Kontrollfähigkeiten sind besondere Fähigkeiten Derzeit hast du eine Instinktfähigkeit Okay Instinkt Schärfen Aha Ey Was Quats Die Sie 8 EP Und 2 Gold Ja nice Thorn Bracelets Aufheben Du hast eine Ratte getötet Du bist ein Held Unser Retter ist erschienen Ratte Ratte Ratter Deswegen Ja ja Tolles Wortspiel Sekunde Du hast es geschafft Dich von einer Ratte beißen zu lassen Sehr gut Nun folge der Straße Aus der Siedlung Er freut sich Dass mich eine Ratte gebissen hat Nun folge der Straße Aus der Siedlung hinaus Am Waffenstand vorbei Am Waffenstand vorbei Und finde Sava Sakanovic Er kann deine Wunder heilen Ich dachte dort oben Das wäre der Heiler Bevor sie sich entzündet Töte zwei verrückte Bauern Sie können Oft auf der Farm Im Südwesten gefunden werden Folge der Straße Nach Süden Okay Aber erstmal gehe ich bei ihr hier oben gucken Dieses Rennen Das macht mich Das triggert mich Ich kann die meisten Dinge heilen Aber böse Ratten bis Wunden gehören nicht dazu Sag Sava nichts davon Dass ich auch Heiler bin Er möchte der einzige Heiler hier sein Äh in der Gegend sein Brauchst du Heilung? Nein Äh wo war der? Folge der Straße außerhalb des Dorfes Vorbei am Waffenstand Drück auf die Minikarte Um die Weltkarte zu öffnen Hier unten Das ist das Und das ist das Okay Sava Stavakovic Planbesitzer Scheiße Scheiße Nehmen wir lieber Gold oder nehmen wir lieber EP? EP EP hat man ja glaube ich von einer Klasse her schon Hm Ja komm Mehr Gold kann nicht schaden Aber wenn die genauso wenig fallen lassen Wie die Ratte erst Schüler haben wir poquito zdluy Nej Nee 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 Okay Nee Nee woran liegt das dass ich keine parte nehmen kann ja gut ich bin normal ich kenne dich nicht ich sehe du brauchst heilung wenn ich dir helfen soll musst du mir zuerst helfen versprechen müssen gehalten werden es gibt eine bestie die ich tot sehen möchte sie versperrt den weg zu einigen steinpilzen die ich haben muss sie liegt im westen von hier die bestie wird erscheinen du versuchst einen pilz aufzusammeln kommt zurück wenn du sie erledigt hast ich halte mein versprechen und heile dich du musst nur diesen getrockneten zähennagel essen kommen jederzeit wieder wenn du mehr heilung brauchst was du kannst heiltränke herstellen öffnen das menü zur herstellung herstellungsmenü a wie herstellung c wie kraften interagieren recruit und hey hier Vielen Dank.